Du soll ja auf dem Motorboot hier so reinstehen. Ich seh dir ja mal eins, ihr müsst mal gucken, ich kann jetzt nicht gucken, ihr müsst das Motorboot finden. Das ist unschlepp. Einfach fahren, ne? Ich glaub, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen rein. Das ist echt die Safety-Car-Phase hier. Wollen wir uns bei Ibane einfach ritten ran? Ja, aber so können wir doch, glaub ich, ein Stück fahren, oder? Ja, meinst du, mal dahin? Ja, das wechselt immer, ne? Die Wings hat's noch nicht so richtig...